Ja, sieht gut aus. Sieht total gut aus, würde ich mal sagen. Du kannst das Gasthaus jetzt... Du kannst das Gasthaus jetzt... Wähle im Gasthaus ausruhen, aus, um deinen Fortschritt zu speichern. Ausruhen. Ja. Speichere meinen Stand, Bitch. Natürlich weiterspiele ich meine... Hallo? Ich hab's erst gerade angefangen. Was soll das? Hey! Hey! Ah! Wer ist das? Wer ist das? Ich bin der Ousein. Ich bin der Ousein. Und die Leute? Die Leute? Ich habe hier Essen. Ich habe das Essen. Und das ist das Essen. Und das ist das Essen und das Essen. Ich bin der Ousein. Ich bin der Ousein. Ich habe das Geld. Und was so ist das Essen? Wenn ich total Geld habe. Ein Mann habe mir Geld. Ich weiß nicht, ob ich was Geld bekommen habe. Ich will nicht mehr Geld im Amens. Ich bin der Ousein. Ich bin der Ousein. Luffy, das ist schwer! Was haben Sie? Auf jeden Fall kommen Sie zu uns! Warte mal! Es ist noch meine Geschichte! Um... Wenn Sie bitte. Dann bitte. Hey, wirklich? Es ist kein Mann, oder? Ja! Es ist etwas falsch, oder? Es ist etwas falsch, oder? Es ist nicht falsch, oder? Ich habe es gesehen! Es ist etwas falsch, oder? Es ist etwas falsch, oder? Es ist etwas falsch, oder? Es ist ein bisschen zu verletzen! Okay, es ist alles falsch, oder? Ja, mach das! Nein! Ich habe gesehen, wie ein paar von denen die Stadt verlassen haben! Ah, was? Ah, das sind also diese Tipps! Ich habe zwar dahin gezielt, aber egal! Ja! Flieg! Ah, doch nicht! Das sind ja auch noch malen Ze�, oder? Jesus! Wie ist das? Ich bin immer noch von Pirate Warriors 2 gekommen, und der so... Pssch... Pssch! Häppie so da in seinen Blick zurück! Hm! Gehen wir! Nukiki. Ähm. Kann ich eigentlich im Wasser sterben? Nee, kann ich nicht. Los, wo seid meine Freunde? Gibt es die Zurück? Ah. Ah, wie hieß dieser Platz? Was ist das für ein Ort? Ich habe das Gefühl, ich war ja schon... Jetzt habe ich mich ein bisschen schnell gedrückt. Sorry. Ach ja, Punk Hazard. Hazard, oder... Keine Ahnung, was das heute war. Aber das erste kenne ich. Punk. Bin ja selber ein Punk. Eigentlich nicht. Also, mal sehen. Ich werde, ich verbrenne mich hier, ne? Ja. Voll verspätet, aber ich verbrenne mich. Ist auch nichts. Kommt hier nicht dieser Minotaur, oder was das hier war? Ach nee, der Drache. Dragon. Heißt nicht sein Vater, Dragon? Ja, was? Manchmal wirst du im Verlauf deines Abenteuers die Aktionstaste angezeigt sehen. Drücke, bevor die Anzeige verschwindet, um deine Aktionen wie Ausweichen oder Kontern auszuführen. Ah. Die Aktionstaste ist ein Mittel, um dir im Kampf einen Vorteil zu beschaffen. Okay. Muss ich wohl sicher bleiben. Ah. Ja, das... Verdammt kurze Zeit. Ah, du Mistkerl. Wann muss ich drücken? Wann muss ich drücken? Komm, 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 komm. Na los. Ja. Und noch eine. Ausweichen. Nicht geschafft, oder? Habe ich es geschafft? Da bin ich sicher. Jetzt bin ich ausgewichen. Okay. Starke Stimme. Mit der starken Stimme kannst du Freunde anfeuern oder auf Hilferufe antworten, die du erhältst. TP und Boni. R1, wenn, äh, wenn R1 angezeigt wird, drücke R1, um die starke Stimme einzusetzen. Übertreibe es nicht, ansonsten wird die Verwendung längerer Zeit gesperrt. Okay. Mach! Au. Setze die rechte Fähigkeit ein, um deinen Drachen zu verprügeln. Ich bin dran. Ah, du Mistkerl. Komm her. Die aufgeblich Sauers. Los. Ich kann ja gar nicht anfeuern. Los. Hopp. In den Arsch. Ausweichen. Geht ja gar nicht. Das zeigt sich nicht immer an. Los. Mach was. Ja. Und. Los. Ich will Gatling machen. Das ist mein Lieblingsangriff. Mein Lieblingsangriff. Los. Äh. Hat denn eigentlich nicht Zorro besiegt? In. Im Anime, genau. Oder einfach im. In den Folgen hat doch Zorro ihm den Grind abgehakt. Keine Ahnung. Ist das schon ziemlich lange her? Oh. Du dummer Sack. Hier gebe ich noch eins. Los. Oh, jetzt. Ah, verdammte Scheiße. Voll daneben. So, Achtung. Jetzt krieg ich mir jetzt auf die. Oh. Und das war's. Oder auch nicht. Oh. Los. Ich kann meine. Ich kann meine Freunde gar nicht anfeuern. Dein Fleisch gib es mir. Oh. Oh, verdammt. Oh, mein Herz. Ja. Ja. Der Idiot. Ich muss ihn am Fleisch wieder abnehmen. Äh. Aber was ist mit deinen Freunden? Ich werde immer. Aufstieg. Sicher Select-Taste. Wo kann ich aufsteigen? Anführer wächst sein eigenes Wort prüfen. Keine Wörter. Wörter? Leer, leer. Items. Status. Okay. Gut. Sieht was, dass ich so wichtig... Naja. Okay. Okay, hier kann ich mich jetzt nicht schneller bewegen. Egal. Ich kann ein bisschen die Landschaft genießen. Sieht so friedlich aus hier. Was? Wartet. Ja, fass. Oh, ja. Legt dich auf den Boden, wenn ich euch hauen will. Wartet, wartet. Komm schon. Ich zeig dir jetzt was. Red Hawk. Ich bin in Ordnung. Ich bin mehr als in Ordnung. Du kannst die Gegenstände aus dem Gras oder aus Fässern als Beute zurück auf die Stadt bringen. Diese Gegenstände eignen sich zur Erweiterung der Stadt und für andere Sachen. Und für andere Sachen. Sammeln so viele wie möglich. Wähle ein Pausenmenü Items und dann Beute, um deine gesamten Gegenstände anzusehen. Denk daran, du kannst deine Beute nicht einsetzen, bis du es zurück zur Stadt geschafft hast. Ah. So ist es also. Wartet. Okay. Gibt es da eine Kapazität oder kann ich so viel nehmen, wie ich will? Oh, du Kackpflanze, ey. Ach, die gibt mir Leben. Diese Bällchen erinnern mich an Kingdom Hearts. Sie sahen genau gleich aus. Ich muss das so machen, sonst haut mich dieser Brocken weg. Stück Explosivstein. Sag uns, das ist unsere Meister. Was denn? Alter. Ich muss ja gleich, dass ich so stark bin. Kommt. Ah. Ah, jetzt sterben sie schneller. Achtung. Du kleiner Waschbär, pass auf. Ich spreng jetzt hier mal kurz alles weg. Und nehme mir rostigen Schrott mit. Der bringt mir jetzt sicher total viel. Und am Ende bringt der mir wirklich total viel. Okay, da komme ich nicht durch. Da brennt es. Und dort hinten ist die Eiswelt. So. Na, warte mal. Das kann ich ja so machen. Das brennt ja nicht. Ja, ja, ja. Das ist Schrohut. Genau das bin ich. Du Fettsack. Steht mal auf. Macht es ja keinen Spaß, wenn ihr am Boden liegt. Ich kann kein Deutsch, wenn ihr so blöd. Warte, jetzt schnapp ich mir noch. Oh, shit. Aufstehen. Okay. Ich habe Freude an dem Spiel. Merkt nun vielleicht. Ich hoffe, ich hoffe, ich falle hier nicht runter. Der Spaß beginnt. Und somit kann ich... Oh. Oh, shit. Shit. Hä, aber da war ich doch schon. Und da bin ich doch gekommen, oder nicht? Oh, anscheinend nicht. Anscheinend nett. Stück Explosivstein, Stück Explosivstein. Also, wir nennen das hier Explosivstein. Was haben wir gelernt? Nichts. Ich wette, ich kann hier jetzt machen. Was? Überspringen. Überprüfen. Manchmal findest du einen Punkt der verlorenen Wörter, die sich nicht mit besonderen Schlüsselwörtern öffnen. Finde das richtige Schlüsselwort, dann kannst du den Punkt der verlorenen Wörter öffnen und durchgehen. Ein Punkt der verlorenen Wörter verrät dir bei einer Untersuchung, wo du das besondere Schlüsselwort findest. Spüre das gesuchte Schlüsselwort mit dem Hinweis auf, den du bekommst. Das Wort für diesen Ort ist weg. Besiege die Feinde in Anti-Gift-Ausrüstung und hol das Wort. Anti-Gift-Ausrüstung. Seid ihr das? Ich denke schon. Ihr habt ja einen Gang. Ihr habt eine Anti-Gift-Ausrüstung. Schlüssel? Nein, Klasschef. Komm. Geh mir deinen Schlüssel. Wo ist Raum gestanden? Besiege die Gegner in der Anti-Gift-Ausrüstung. Okay. Warte mal. Was hab ich vergessen? Start. Eigenes Wort prüfen. Ich hab ja keins. Ich muss da... Keine Ahnung, wohin. Ich lauf einfach mal. Weil das mach ich's. Ah, er wird doch ein bisschen schneller. Ihr habt hier den Schlüssel. Ihr Anti-Gift-Meld. Mänskis. Eine Schatztruhe. Ah, die Schatzkiste mit dem Wort. Schatz. Ja, ja. Wie mach ich das auf? Geh mal weg. Schlüsselworkfunden. Der Gummipirat. Starke Wörter sind besonders... Bäh. Sind besondere Wörter, die ihre Fähigkeiten der Strohhüt-Piraten verstärken. Es gibt drei Arten von starken Wörtern. Fähigkeiten, eigene und Items. Item. Fähigkeitenwörter. Du erhältst sie im Verlauf eines Abenteuers. Sie verbessern die Fähigkeit deiner Charaktere. Eigene Wörter. Du kannst Charaktere damit ausrüsten, um deren Fähigkeiten zu verbessern. Itemwörter. Lege dies in der... In... Die Itempalette. Dann kannst du jederzeit starke Stimmen einsetzen. Du erhältst mehr starke Wörter aller drei Arten, während sich dein Abenteuer weiterentwickelt. In der... In der über Info im Pausenmenü zu erreichenden Wortliste findest du alle verfügbaren starken Wörter. Aber denk dran. Du kannst starke Wörter nicht einsetzen, solange du nicht zurück zur Stadt gehst. Das find ich ein bisschen kacke. Gehe durch den Punkt der verlorenen Wörter. Ja, 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 ja. Ich weiß. Folg mir. Folg mir. Ah, bringt's gar nicht. Ich dachte, ich könnte da ein bisschen weit weg splitten, aber mach ich nicht. Ah. Du hast den Weg geöffnet mit der Gummipirat. Gehe durch den Punkt zu housewarten.